Was passiert, wenn Mario mit jeder eingesammelten Münze immer schneller und schneller wird? Kann man so New Super Mario Bros. Wii durchspielen? Es wird auf jeden Fall sehr verrückt. So viel kann ich euch versprechen. Genau, am Anfang ist Mario langsamer als normalerweise. Er kommt einfach gar nicht voran. Jetzt habe ich nur halbe Geschwindigkeit, glaube ich, aktuell. Und wenn ich jetzt aber ein paar Münzen sammle, dann werden wir sehen, dass ich mit jeder Münze etwas schneller und schneller werde. So, die alle mitnehmen. Und jetzt bin ich schon schneller geworden. Ja, da merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Jetzt dann bald dürften wir schon die Standardgeschwindigkeit haben. Ja, jetzt bin ich sogar vielleicht schon schneller als Standardgeschwindigkeit. Hier sind auch schon einige. Die nehmen wir mal alle mit, hätte ich gesagt. So. Und jetzt, oh Gott, jetzt bin ich schon etwas schnell. Ui! Das ist absolut geil. Absolut geil.